Unser Gehirn ist vornbar. An der Methode für ein Spray-Train fasziniert mich das Zusammenspiel zwischen motorischen Übungen und kommunizierten Aufgaben, die unser Wahrnehmensystem in eine Herausforderung bringen. Dadurch schafft unser Gehirn neue Strukturen und wir können so effizienter entscheiden können, schneller entscheiden können und auch spontaner werden können. Ich habe große Freude mit Menschen zu arbeiten. Durch meine lange Fitness- und Sporterfahrung bin ich spontan, motiviert, zielstrebig und auch flexibel. Durch meine Weiterbildungen bin ich immer auf dem neuesten Stand. Bei mir in der Stunde wird gelacht, gelernt, geleistet. Wir arbeiten in kleinen Gruppen, aber durch das gezielte Feedback wird jeder einzelne Teilnehmer individuell abgeholt und auch individuell gefördert. Und so kommen wir gemeinsam an unser Ziel an.